Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf dem Main-Sucht-Server und ich werde gleich gegen den Mini-Me-Checker spielen, der kommt gleich. Allerdings habe ich mir mal, damit ich vielleicht eine kleine Chance habe gegen ihn, der ist ja einer der besten Bad-Wars-Spieler, die wir in Deutschland haben, habe ich mir einen Autoklicker installiert. Ihr seht das hier, ich habe nämlich jetzt 15 Klicks. Ich bin mal gespannt, was ihm auffällt und ob wir das Ganze gewinnen können. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Denkt ihr, ich werde gewinnen mit Autoklicker oder glaubt ihr, ich werde trotzdem einfach mal reinschreiben? Und jetzt kommt ein Schnitt. Jo, da sind wir auch schon in Bad-Wars, Freunde. Und da ist der Mini-Me-Checker. Hallo. Du hast einen DM-Skin, läuft bei dir? Ja, ich bin absolut im Fußball-Hype. Nice. Dann freust du dich doch bestimmt, dass Deutschland richtig schön verloren hat, oder? Aber absolut. Das ist auf jeden Fall witzig anzusehen, muss man sagen. Leute, wir werden jetzt anfangen. Du hast vorhin gesagt, du willst irgendwas spielen wieder, ne? Also wir haben nämlich vorhin geguckt, unser letztes Battle ist einfach mal elf Monate her, Freunde. Also fast ein Jahr. Und da haben wir, glaube ich, um Skin-Wechsel gespielt, ne? Ja, genau. Wollen wir das hier nochmal wieder machen? Wir können das wieder machen, ja. Okay, also nochmal für die Zuschauer zur Erklärung. Wenn ich gewinne, darf ich seinen Skin in den nächsten zwei Videos aussuchen. Und wenn er gewinnt, darf er das bei mir aussuchen. Machen wir. Aber wir spielen so, wie wir gerade spielen, ne? Wir spielen so, ja, natürlich. Okay, passt. Alles gut. Gut. Ich bin gespannt, ob du gelernt hast in den letzten elf Monaten. Ja, ich bin gespannt, ob du schlechter geworden bist in den letzten elf Monaten. Also nochmal an die Leute, ihr könnt ja gerne einfach mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, wer wird das Ganze hier gewinnen? Ich bin mal gespannt. Bin hyped auf jeden Fall. Spielst du noch viel Bad Wars, A Man? Also, es geht. Ich weiß nicht, vielleicht, ob die Zuschauer noch viel spielen oder ob du spielst. Ich spiele hin und wieder mal mit Polschi, aber so sonst nicht mehr ganz so viel wie damals. Also das Ding ist, damals warst du halt definitiv einer der besten Bad Wars-Spieler, ne? Oh, jetzt schmeichelst du aber. Ja, 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 du willst es nur nicht hören. Die Sache ist halt auch, wenn ich jetzt sagen würde, jo, das war ich damals, dann würde das halt komplett abgehoben schon wieder klingen. Aber ich mag das nicht so. Aber es ist am Ende so, Freunde. Also, ich glaube, Minimilchecker und Polschi waren halt wirklich so die besten, mit die besten Bad Wars-YouTuber in Deutschland. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt eine Chance habe nach einem Jahr. Aber ich glaube nicht, dass ich besser bin als damals. Ich habe ja auch lange nicht gespielt. Ja, ja, ich will aber ungeglich Pull-Out-Playen wieder. Ja, 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 du willst dich nur verarschen, ne? What the fuck? Abgekühlt, gescammt in der Aufnahme. Okay. Ich weiß nicht, was machst du? Junge, du baust auch richtige Wolkenkratzer, oder? Ja, ja, ich baue jetzt Wolkenkratzer. Genau das werde ich machen. Okay, jo, cooler Plan. Boah, ich muss sagen, ich bin so langsam geworden. Ich habe ewig kein Bad Wars gespielt, glaube ich. Frohe, dass ich noch Farce wünschen kann. Oh, jo, das spielt einer in der Community. Okay, das ist doch schön, wo du gerade bist. Bleib mal ruhig auf der Höhe, genau. Ja, 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 komm doch, komm doch. Ja, jetzt ist er schon wieder da oben. Was willst du denn da oben? Richtig, alles gut, alles gut. Du weißt schon, dass du da nur zwei Herzen hast, wenn du da springst. Hä? Na, verdammt, du hast dich auch noch gerettet? Ja, 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 Block-Safe, hui. Okay, na gut. Aber ich habe immer so viel Spaß gegen die fantastische Spiele. Warum? Ich weiß nicht, es macht mir immer ultra viel Spaß. Sind wir so schlechte da, oder? Nein, ich spiele immer nur so richtig süß irgendwie. Ich weiß nicht. Und das ist toll. Oh, jetzt wird es nicht voll equipiert. Jetzt wird es wissen. Ja, du brauchst es eh wieder so richtig scheiße. Ich habe 24 Steaks mit am Start. Komm doch, komm doch. Yo, nice. Sollte ich mit der Faust töten. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich aber... Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass du jetzt mit deinem Full Equip da durchpuscht wie sonst was. Das ist gut. Wo bist du denn gerade, Mini? Er ist richtig angespannt, sag ich dir. Ja, klar, ich will die Chance gegen dich haben. Aber ich bin wirklich langsam. Ich war schon mal schneller. Ich war... Junge, du musst einfach nur deine W-Taste drücken. Das hat ja nichts mit Schnellseins. Hä? Hä? Hä, was denn? Ey, du bist halt echt noch da oben. Ich dachte, du teleportierst dich jetzt oder irgend so ein Bullshit. Du hast die ganze Zeit Angst, dass du getrollt wirst, oder? Ja, was, Junge? Absolut. Warum? Ich habe richtig Angst. Ich weiß es nicht. Ach, wir betten tauschen, oder was? Ja, was ist denn das, Mann? Ey. Junge, ich will mein Bett noch nicht verlieren. Noch nicht, please. Jega. Er hätte, das war noch damals, das war zur ESL-Zeit, wo du das entdeckt worden ist. So richtig toll. Okay, ja. Wird nicht klappen. Du würdest dich nur ablenken. Nee, nee. Komm noch, komm noch. Okay, Bruder, die Kraft. Hä? Jo, er haut heute da oben ab. Was soll die Scheiße? Komm noch runter, hier, komm noch runter. Bettel dich mit mir. Ah. Ja, ja, wenigstens kann ich klicken. Bleib doch. What the fuck? Zum Glück. Okay. Jo, fliegt halt nicht weg. LMAO. Ja, das sind die Klicks. Ja, glaub ich auch. Du hast, glaub ich, letztes Mal auch gesagt, du hast nur irgendwie fünf Klicks oder so, ne? Ja. Okay. Ist doch heute noch nicht mehr. Aber man kann auch mit so wenig... Du musst halt nur einmal den Gegner schlagen gut, oder fliegt er ja trotzdem weg. Ja, das hast du damals auch schon gesagt. Ich dachte so, ja, fünf Klicks ist gar nicht so heftig, aber... Man kann auch echt mit wenig Klicks gut spielen. Timing ist echt alles in Bad Wars. Ja, stimmt. Ist jetzt richtig anlackig, wie du mich jetzt twirtest. Nein, es kommt schon! Das gibt's doch einfach! Was ist denn das? Hä? Warum hab ich einfach keine Blöcke mehr gesetzt? Ich weiß es nicht. Oh, dieses Spiel regt mich schon wieder so auf, Freunde. Oh, wenn das öfter kommen soll, bitte gib einen Daumen nach oben, ansonsten geht einen Daumen nach unten. Jo, schreibt mir in die Kommentare, ob es auch eine Revanche geben soll. Ich hab dich gar nicht gesehen. Okay. Vorab. Ja, komm doch! Hallo! Komm doch mal bitte weg jetzt. Lass mal bitte... Jetzt, lass es doch! Raus mit dir! Mit deinem blöden Stock! Ja, und heute hat diese... Du hast dich eingebaut? Nee! Du assi! Der lacht mich auch noch aus! Er lacht mich auch noch aus! Jo! Nein, heute mein Bett liegt! Wow! Ja, ja, zum Glück war. Eine Chance krieg ich noch. Ja, ja. Puh! Ei, ei, ei. Aber es gibt noch eine Revanche. Darf ich das sagen, dass wir noch bei mir noch eine Runde spielen? Ja, klar, kannst du sagen. Okay, ja, wir spielen noch bei mir eine Runde, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Dann... Ja, Freunde, aber wie gesagt, wenn ihr vorbeischauen wollt, checkt sie ab. Aber ich werde jetzt alles geben. Konzentriert am Einkaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider echt kaum eine Chance gegen dich, Digga. Das ist so schnell. Ja gut, ich habe jetzt... Was habe ich für eine Spielzeit in Bad Wars? Da würde ich aber eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich glaube, die ist ziemlich hoch. Weißt du, wie viele Stunden du insgesamt hast in Bad Wars? Auf Revi, auf Revi schon allein habe ich 1800, das ist halt echt richtig. 1800, ich habe mal. Ja, ja, ich weiß, das klingt sehr hoch wie Nuss. Aber ich habe halt damals ESL in Minecraft gespielt. Und wenn man ESL spielt, muss man halt trainieren dafür. Das ist halt leider so. Oder es ist halt so. Jo, willst du nicht noch mehr stacken? Das geht ab. Ah. Ich habe noch ganz viele Blöcke, also kommen wir auch nicht. Alles gut. Aber irgendwann schlupst du halt auch, ne? Ja gut, das war es dann, Leute, das war es dann. Sheesh. Aber GG, WP. Du hast dich nicht gut getragen. Ich merke schon. Du musst einfach mal Bad Wars trainieren. Du, wir müssen einfach zusammen Bad Wars trainieren. Dann klappt das auch. Dann kommst du ins Bootcamp. Dann passt das. Ja, aber auch hin. Oh Mann. Weißt du, was das Schlimmste ist, Minimi? Was denn? Ich hatte einfach sogar einen Autoclicker drin, ne? Aber es hat einfach nichts gebracht. Ich habe das gemerkt, Junge. Dass du... Ja, ja. Du hast mir Damage gemacht damit. Das habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, warum das es ist, aber du hast mir Damage gemacht. Das ist normal so. Gut. Ich würde sagen, du darfst noch einen Skin für mich aussuchen, ne? Ja. Wir haben ja um den Skin gespielt. Genau. Okay, dann machen wir kurzen Schnitt, Freunde. Du darfst jetzt einen Skin mir einfach schicken. Den muss ich reinmachen. Und dann, den musst du gleich wieder. Gut, lieber Minimi. Ich habe da einen Skin jetzt drin. Das heißt, ich werde schon auch mal suchen. Ich bin so gespannt, was du dir für eine Scheiße ausgesucht hast, Digga. Das wird... Der Skin ist absolut cool. Gucken wir... Ja, gut. Ja, gut. Mein Kollege, wie bist du? Ich sehe dich hier. Du hast... Warte mal. Das sieht sogar ein bisschen... Okay. Okay. Ich komme mal kurz zu dir. Ich komme mal kurz zu dir. Perfekt. Das sieht richtig beschissen aus. Wie lange muss ich das Ganze jetzt hier haben? Zwei Videos lang. Die nächsten zwei Videos? Ja. Da guck mal, wie ich aussehe, Mann. Was ist das für eine Scheiße hier? Das ist auch eine Witz. Ich sehe wirklich... Diese Augen auch. Leute, guckt euch bitte diese Augen an. Diese Unterhose. Die finde ich auch sick. Warte, ich habe eine Unterhose? Ja. Aber zum Glück habe ich nicht reingemacht. Ich kenne diese Skins, die immer so ein bisschen was in der Hose haben. Weißt du? Das ist mega. Oh, Mann. Ja, liebe Leute. Wenn ihr Bock habt, dass wir sowas öfter machen, gebt doch den Daumen nach oben dafür, wenn ich öfter nochmal gegen andere YouTuber zocken soll oder gegen Minimi-Checker. Vielleicht kann er mir auch mal irgendwas beibringen oder so. Ich muss jetzt zwei Videos mit diesem Skin hier verbringen. Das ist super lustig. Die Leute werden mich so auslachen alle. Ja, noch einen superschönen Tag. Bis dann. Checkt euch mal Minimi-Checker ab. Wir nehmen jetzt für den noch... Ich glaube, du wolltest drei Runden Bad Wurst machen, ne? Genau. Das ist auf 3 oder so. Machen wir jetzt. Haut rein. Bis dann. Und tschüss. Tschüss.